Lena geht heut wieder in den Kindergarten Schnell das Jäckchen an, sie kann es kaum erwarten Trifft da ihre Freunde, Markus und den Kai Aber auch Susann und Anna sind dabei Bald sitzen die Kinder schön in einem Kreis Schauen in die Mitte und sind auch ganz leis Dann wird aufgestanden und man läuft herum Bei dem Durcheinander fällt auch einer um Quietschen und auch Kreischen, das gehört dazu Große Freude haben sie bei Blindenkuh Klappen mit den Töpfen, das macht Riesenspaß Glucken mit dem Strohhalm in dem Wasserglas Hüpfen, tanzen, springen, das ist sehr gesund Jeder macht gern mit und es geht richtig rund Jetzt wird auch gesungen, so gut wie jeder kann Wer sich heut nicht traut, versucht das irgendwann Schöne bunte Tücher flattern wild umher Wer will noch eins haben, die Küste ist schnell leer Damit kann man spielen und mit Fantasie Schöne Dinge machen, es geht schon irgendwie Nun wird vorgelesen, die Kinder halten Ruhm Das ist richtig spannend und sie hören zu Viele seltene Tiere gibt's im Zauberwald Drinnen haust ein Kobold, der ist schon uralt Bald sind alle müde, wollen gern nach Haus Schuhe, Jacken anziehen und dann ganz schnell raus So zusammenspielen, das ist ideal Alle sehen sich wieder, dann beim nächsten Mal Bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal